So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Die kleine Maus steht hier auf dem Sitzsack. Dieser Look wirklich von Cat Wumpir. Hier ist mein Rucksack. Sollte ich euch dann noch ein Haul zeigen. Und ja, wir sind jetzt halt wieder zurück vom Stadtfest. Ich bin jetzt gerade in mein Zimmer und ich habe am Donnerstag so eine schöne Zeichnung gemacht. Sollte ich euch auch mal zeigen. Das habe ich gemalt. Cool, oder? Ja. Auf jeden Fall filme ich gerade mit dem Tablet. Und ja, mal schauen, ob das gut geht mit dem Tablet zu filmen. Ja. Hier ist die Box. Die ganzen Sachen Box. Und ja. Also wie gesagt, ich wollte mir beim vierten noch den mittleren Preis mir holen. Und wie ich euch zeigen wollte. Naja, ich habe wieder einen kleinen Preis genommen. Und dann habe ich mir sowas rausgesucht. So eine kleine Figur. Mit so einem Obst. Ja, das ist so eine kleine Figur. Hier mit sowas dran. So eine Schnur. So ein Anhänger, meine ich, ist das. Das ist ein kleiner Obst. Ein kleines Obst. Obstkind. Das habe ich mir dann halt noch rausgesucht. Aber leider habe ich den Rucksack nicht gekriegt. Aber naja. Muss man jetzt so oder so sehen. Aber ich finde es jetzt eigentlich schon ein bisschen schade. Aber jetzt nicht so der Wettuntergang. Aber das ist auch süß. Und das habe ich als Viertes gewonnen. Ich habe vier Runden gemacht. Also man kann dreimal drehen. Dann, dann, dann. Und dann muss man halt so bestimmte Punkte erzielen. Man muss ein gelbes erzielen, wenn man das höchste will. Aber das wollte ich eigentlich sowieso nicht. Weil irgendwie, kennt ihr das bei Eis oder irgendwas anderem, dass das Größte doch irgendwie nicht so gut ist wie das Mittlere. So, das ist das Mittlere. Also ich finde das Mittlere ist irgendwie besser. Dort, weil da waren halt auch so Plüschtiere und so. Und dann war hier noch der Rucksack, der Conny Rucksack. Oder eine DVD. Eine coole DVD. Und halt bei der Kiste war irgendwie sowas für Jungs so Ritterschwerde, so Spielschwörter und irgendwelche Computerspiele so. Aber nicht ganz alte so. Ja. Okay, das waren die Sachen. Und die sind finde ich richtig cool. Tschüss.